Hallo, mein Name ist Harald Hasselmann. Ich bin Mitglied im Landesvorstand der Grünen in Hamburg. Wir Grünen wollen Integration zum Erfolg führen. Das sind für uns zwei Dinge. Wir wollen die Gesellschaft verändern, sie offener machen und ihr helfen, grüne Politik zu akzeptieren und Flüchtlinge zu akzeptieren. Und wir wollen das Verfahren für die Aufnahme von Flüchtlingen vereinfachen, ihnen Mut machen, dass sie hier in Deutschland willkommen sind. Zukunft wird aus Mut gemacht. Zukunft wird aus Mut gemacht.